In unserer heutigen Lüge-Lesung Sledgehammer von Peter Gabriel Oh, benutze es, bevor du es verlierst. Du könntest eine Dampflok haben, wenn du nur deine Gleise ausbreiten würdest. Du könntest ein fliegendes Flugzeug haben, wenn du deinen blauen Himmel zurückbringst. Du musst mich nur anrufen. Ich werde alles sein, was du brauchst. Du könntest eine Berg- und Talbahn haben, die hinauf geht und hinunter, rund um alle Kurven. Du könntest einen zusammenstoßenden Autoscooter haben. Dieses Vergnügen endet nie. Ich möchte dein Vorschlaghammer sein. Weshalb rufst du nicht meinen Namen? Oh, lass mich dein Vorschlaghammer sein. Dies wird mein Zeugnis werden. Führ mich in deinem Obstgitterhäuschen herum, denn ich werde deine Honigbiene sein. Öffne dein Obstgitterhäuschen, wo das Obst so süß ist, wie es nur sein kann. Ich möchte dein Vorschlaghammer sein. Weshalb rufst du nicht meinen Namen? Du solltest besser den Vorschlaghammer rufen. Dies kann mein Zeugnis werden. Ich bin dein Vorschlaghammer. Lass da keinen Zweifel aufkommen. Vorschlag, Vorschlag, Vorschlaghammer. Ich habe die Gewohnheit abgelegt, habe mich gehäutet. Dies ist alles ganz neu. Ich gehe hinein tanzen. Wir gehen hinein tanzen. Oh, zeig dich für mich. Ich werde mich für dich zeigen. Zeig für mich. Ich werde für dich zeigen. Jeher, 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 jeher. Ich meine dich, nur dich. Du bist durchgedrungen. Werde diese Kraft aufbauen. Diese Kraft aufbauen. Aufbauen. Komm schon, hilf mir, es zu tun. Komm schon, komm schon, hilf mir, es zu tun. Jeher, 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 jeher. Du. Ich habe den Rhythmus genähert. Ich habe den Rhythmus genähert. Das ist es, was wir tun. Tun. Den ganzen Tag. Die ganze Nacht. Ich will dich. Ich will dich sein, dein Schlechhammer. Warum nicht du mich nennen? Ich will dich.